Sturne TV mit Bavarian Race Tischtennis Zu Gast beim TV 1848 Schwabach in der Jahnhalle 2 Am heutigen wunderschönen Mayensonntag, den 21. Mai 2017 Turnier 2, Runde 1, Aufschlag Johannes Stumpf gegen Mark Fischer Und er führt 1 zu 0, ob er diese Führung durchbringen kann? Der wohl nicht, muss man fürchten Ein souveränes 2 zu 0 und stark am Netz Auch mit den Aufschlägen hat Johannes Stumpf seine Probleme 3 zu 0 Und da die ersten Überheblichkeiten und Unkonzentrierteiten Ja! Kaisen! 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 Der Kursang ist sehr gut in der Händelung. 50? 70? 30? 30? 2. 1. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 8. 5. Auf den Bauch ist es. 8 Sekunden. Soll es eigentlich einstehen? Achso! Sorry! Ohhhh! 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 Peterbans Québec! Vielen Dank. 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 Scheiß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.